Ah, polnisches Gurkenwasser. Wir stoßen gerade an. Oh, ist das wirklich sauer. Oh mein Gott. Warum trinken wir das jetzt eigentlich? Das ist doch... Du hast gesagt, das ist gesund. Ah ja, und wir stoßen an auf ein Ereignis. Auf ein Ereignis ist übertrieben. Das Einzige, was wirklich heute Merkwürdiges passiert ist, ist die Tatsache, dass unerwarteterweise der Postbote geklingelt hat und mir ein PlayStation 5 brachte. Ja, ist nicht so richtig meine. Habe ich von Sony zur Verfügung gestellt bekommen. Was soll ich sagen? Geiler Scheiß, oder? Und polnisches Gurkenwasser.